Endlich ist es soweit, die Entwickler haben einen neuen Livestream zur heutigen Geburtstagsüberraschung angekündigt, über den ich nur schnell in diesem Video sprechen möchte. Heute Abend um 20 Uhr starten die Entwickler einen neuen Livestream, in dem die Geburtstagsinhalte für den 21. Geburtstag der Sims geteilt werden. Was genau es sein wird, ist derzeit noch unklar, fest steht nur, dass die Entwickler hierfür mit 21 Leuten aus der Community zusammengearbeitet haben. Mit dabei sind ebenfalls drei verschiedene Simmer aus der Community, den Stream könnt ihr ab 20 Uhr live über den Link in der Beschreibung mitverfolgen. Ich werde euch die neuen Inhalte natürlich ebenfalls nochmal in einem neuen Video zusammenfassen. Falls ihr euch für meine Vermutungen zum Update interessiert, habe ich ebenfalls mit Micha von simtimes.de große Spekulationen angestellt, die ihr in der neuesten Folge von Sim gehört im Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und anderen Plattformen verfolgen könnt. Den Link hierzu findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Was denkt ihr, was die Überraschung sein könnte? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.